Hallo Leute! Ja, ich habe mal wieder Lust ein Video zu drehen und ich weiß nicht wirklich, über was ich jetzt drehen soll. Aber Hauptsache ich drehe ein Video. Erstmal wünsche ich euch ein schönes Osternfest. Ostern ist ja in ein paar Tagen und ich nichts mehr mache. Sage ich jetzt einfach mal in diesem random Video... Video? Frohe Ostern und ich habe extra Urlaub genommen, damit ich genug Zeit mit meiner Familie und Freundin habe. Ich freue mich. Morgen habe ich meine Zwischenprüfung, meine GP1. Ich weiß nicht, ob das Video jetzt noch am Dienstag rauskommt, wann ich es drehe. Aber ja, am Mittwoch, den 1. April, hatte ich meine Prüfung, die jetzt noch bevorsteht. Und ich habe... Schiss! Obwohl ich mich nicht so unbedingt fertig machen wollte, aber langsam so einen Tag davor... ...vorbei. Ja, bitte nicht wundern, ich bin etwas K.O. Ich bin gerade von der Schule gekommen und nach Schule oder Arbeit sieht man ja sowieso immer komisch aus. Was ich allerdings noch erzählen wollte... Ich habe wahrscheinlich vor, über Ostern mal wieder ein Follow-me-around zu machen. Meine Schwester hatte vor, irgendwie Fotos von mir und meinen Freund zu machen. Und so. Und davon werde ich wahrscheinlich irgendwas drehen. Mal gucken, vielleicht wird es auch gar nicht was. Aber... Irgendwann werde ich jetzt mal wieder ein Video drehen müssen. Und da ich irgendwie nicht weiß, was ich jetzt machen soll, wollte ich einfach nur mal Bescheid sagen, was jetzt in nächster Zeit so ansteht bei mir. Und generell so für YouTube, für meinen Live-Channel, Lifestyle-Channel. Mein Let's Play-Channel läuft ja eigentlich ganz gut zur Zeit, denke ich. Also zumindest, was man so sagen kann als ganz kleiner, minimaler, gar nicht auftretender YouTuber. Aber ansonsten halt mit meinem Live-Kanal ist es gerade sehr komisch. Ich habe nämlich überhaupt keine Ideen und mir gefällt irgendwie das Konzept von meinem Kanal nicht mehr. Weil am Anfang habe ich ja eher noch so Make-Up-Zeugs gemacht. Und dann irgendwann mal bin ich auf... oder wollte ich eher mal auf lustige Sachen umgreifen. Aber es ist auch nur bei der Idee geblieben. Also ich habe nie wirklich, finde ich jetzt persönlich, so die richtig tollen Videos gemacht. Und dann hatte ich halt keine Lust mehr, weil ich nicht wusste, was ich machen kann in diesem Kanal. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, ich lasse es jetzt einfach mit einem Kanal-Konzept und mache einfach das, worauf ich gerade lustig bin. Wie zum Beispiel jetzt halt dieses komische Zwischenvideo, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Was dann bei mir halt noch so ansteht, wie gesagt, Ostern, ich freue mich schon sehr und Zwischenprüfung. Und ja, oh, und ich habe mir jetzt mal zu den Beauty-Fans, Fanatiker, Mädchen, Jungs, keine Ahnung, für euch, von euch, habe ich jetzt auch eine Ankündigung. Und zwar, ich habe mir meinen ersten Essie-Nagelack geholt. Habe ich sogar drauf. Sieht man, glaube ich, nicht, weil einfach zu hell und so. Aber es ist zartrosa und ich mag den Beauty-Fanatiker. So, genug von Make-up, Beauty und so weiter. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Mehr weiß ich nicht, was ich jetzt gerade so sagen soll. Wie gesagt, es ist nur ein Zwischendurch-Video, ein sehr langweiliges wahrscheinlich. Und deswegen mache ich jetzt am besten Schluss, damit es nicht so ein langes, sinnloses Video wird. Dann wünsche ich euch noch, wie gesagt, ein schönes Osterfest, wenn ihr das Video rechtzeitig seht. Ich versuche, dieses irgendein Follow-me-around zu drehen, jetzt über Ostern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwann mal jetzt, Ideen zu sammeln und so weiter und so fort. Also es kann sein, dass irgendwann mal ein Beauty-Video kommt. Es kann aber auch sein, dass irgendwann mal irgendein Wieder-Fakten-Video kommt oder so. Oder irgendwas Lustiges, obwohl ich denke, dass ich nichts Lustiges zustande bekommen kann. Weil es ist bis jetzt noch nie gelungen, denke ich. Oder dann vielleicht irgendwann mal wieder ein Hangout. Ich habe mal wieder Lust, ein Hangout zu machen, aber ich weiß nicht. Ich habe zur Zeit nicht so wirklich Lust dazu. Und wenn ich Lust habe, habe ich keine Zeit. Okay, also dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.